Ja, herzlich willkommen zum Workshop Nummer 5. Die Tür lasse ich noch einen Moment auf. Wenn Sie den Vorträgen oder einigen Vorträgen von meinen Kollegen gelauscht haben, dann haben Sie heute erfahren, welche Beiträge Yoko Gawa zu Industrie 4.0 leisten kann im Bereich der Automatisierung und Messtechnik, neuer Dienstleistungen oder auch der Sicherheitstechnik. Einen interessanten Beitrag gab es, der befasst sich mit der frühen Erkennung schleichender Veränderungen bei der Prozessmesstechnik. Um die Prozessmesstechnik selbst, die Prozessanalysentechnik, soll es heute gehen, hier in dem Vortrag, also ausnahmsweise jetzt mal die Datenerzeuger in unseren Prozessen. Mein Name ist Werner Worringen bei Yoko Gawa Deutschland. Da sorge ich für die Entwicklung unseres Geschäftes mit Prozessanalysentechnik. Ja, das Thema für heute, die Technik, über die wir reden, heißt TDLS, Tunable Diet Laser Spectrometer, also Spektrometrie mit durchstimmbaren Lasern, Laserdioden. Ich bin froh, dass ich die Tür offen gelassen habe. Kommen Sie gerne rein. Wir haben schöne Plätze zu vergeben. Der Fokus, der wird liegen auf Prozestauglichkeit. Prozestauglichkeit für Analysensysteme, für komplexe Analysensysteme, ist eigentlich keine, das ist keine selbstverständliche Eigenschaft. Schnell, sicher, selektiv, die gehören dazu, das sind Kerneigenschaften. Es gibt weitere, die Prozessmessgeräte prozestauglich machen. Die weiteren, die fangen nicht mit S an, die hatten also nicht so richtig die Chance, in den Titel zu kommen. Aber sie werden im Vortrag auftauchen. Ist vielleicht ein schönes Stichwort, im Vortrag auftauchen. Was wird im Vortrag auftauchen? Also ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick darüber geben, was die TDLS-Technik leisten kann. Ich möchte zwar Anwendungsbeispiele zeigen, dann zeigen, wie man aus der reinen Prozessmesstechnik zur Lösung kommen kann und schließlich dann auch einen Ausblick darüber geben, was Yoko Gawa im Bereich der TDLS-Messstechnik in der nächsten Zeit vorhat. Normalerweise ist die nächste Folie eine, da steht dann drüber Grundlagen. Das ist hier nicht so. Suchen Sie einen schönen Platz aus. Ich freue mich, dass Sie kommen. Es ist nur die Einleitung, die durchgegangen ist. Also die nächste Folie, sie heißt nicht Grundlagen, sondern ich möchte Ihnen mit der ersten Folie zeigen, wie einfach Prozessmesstechnik mit TDLS sein kann. Was wir hier sehen, ist im Grunde, ja, wir haben eine Sendeeinheit, wir haben eine Empfangseinheit. Sie ist angeflanscht an den Prozess selbst, an ein Rohr. Das heißt, wir sind mitten im Prozess drin. Genau genommen ist es das schon auch. Die Vorurteile, die wir haben, das sind ja zum Beispiel welche, die nicht mit erst anfangen. Wir messen in situ. Na ja, nehmen wir da sito vielleicht. In situ bedeutet eben mit den Originalprozessbedingungen, nicht Bedingungen, die wir irgendwo in einer anderen Einheit haben. Wir haben keine Probennahmeeinrichtung. Keine Probennahmeeinrichtung schlägt sich erstens im Portemonnaie nieder. Das sind Investitionen, die man betreiben muss. Es sind auch Wartungskosten. Einer unserer Kunden hat uns mal anvertraut und hat gesagt, na ja, das können so 20.000 Euro im Jahr sein, die man für die Pflege und die Instandhaltung einer Probennahmeeinrichtung ausgibt. Das kann man sich sparen. Das bedeutet aber auch, dass wir schnell sind, denn wir brauchen den Transportweg nicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir keine stofflichen Änderungen oder Wechselwirkungen haben des Sensors mit dem Medium. Wir haben in dem Sinne ja keinen Sensor. Es gibt keine stofflichen Teile eines Sensors, die dem Prozess ausgesetzt sind, die durch den Stoff selber verändert werden können, korrodieren können, verschmutzen können, ihre Eigenschaften ändern können und damit letztlich regelmäßig unter Umständen häufig überprüft werden müssen. Hier wechselwirkt eigentlich nichts bis auf elektromagnetische Dinge. Und das bedeutet, wir haben ein ziemlich wartungsarmes Messgerät hier vorliegen. Medienberührung mit dem Laserstrahl, das zählt nicht und die Fenster werden gespült. Das heißt, da kann eigentlich nichts passieren. Jetzt noch die Grundlagen. Infrarotspektroskopie, da können wir ein Buch drüber schreiben, da können wir uns in einer Vorlesung unterhalten. Das tun wir hier sicherlich nicht. Ganz kurz nur für diejenigen, die nicht so sehr drinstecken. Was machen wir hier? Wir bestrahlen ein Molekül mit infrarotem Licht. Und wenn wir die richtige Wellenlänge erwischen, dann fängt dieses Molekül an zu schwingen. Es nimmt Energie aus dem Strahl auf, was dann bedeutet, die Energie ist im Strahl nicht mehr vorhanden. Und damit haben wir die zwei wichtigen Größen, die qualitative, die quantitative, die wir brauchen, um unsere Messung zu machen. In der Resonanzfrequenz steckt die qualitative Information, welcher Stoff ist es denn? Ist das, was wir hier sehen, ist das Kohlendioxid oder ist das Wasser? Das können wir damit bestimmen. Und indem wir bestimmen, wie groß die Schwächung der Intensität unseres Lichtstrahls ist, bekommen wir die Information, wie viel vom gesuchten Stoff ist denn drin, also welches ist die Konzentration. Eigentlich schon alles. Ein bisschen komplexer wird es, weil es gibt nicht nur diese eine Schwingung, die charakteristisch ist für einen Stoff. Es gibt relativ viele Schwingungen, eben Rotationsschwingungen, die vorliegen können. Und Sie ahnen womöglich, was jetzt schon kommt. Beispiel Spektrum von Wasser. Das sind eben doch deutlich mehr Linien, die wir hier sehen. Nicht nur die einzelnen Banden, sondern wirklich einzelne Linien. Und es ist nur ein Stoff. Das heißt, wie würde man zum Neudeutschen sagen, das sieht so ein bisschen busy aus. Welche Linien nehmen wir denn? Und das ist wirklich eine zentrale Frage bei TDLS. Bevor wir dieser Frage nachgehen, möchte ich gerne über die TDLS-Technik selber noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, warum ist es schnell? Das entscheidende Bauteil bei dieser Technik ist eine Laserdiode, ein Halbleiterbauteil. Und dieses Halbleiterbauteil hat bestimmte Eigenschaften. Wir können es mit einer Stromrampe belegen. Das machen wir etwa hier. Und was wir dann feststellen werden, ist, okay, die Intensität, die ändert sich natürlich. Ja, es ist eine Leuchtdiode. Mehr Strom strahlt heller. Ist jetzt nichts Besonderes. Was wir aber auch feststellen können, ist, dass die Wellenlänge sich verändert mit diesem Strom. Und das eröffnet uns die Möglichkeit, einen gewissen Scan über einen bestimmten Wellenlängenbereich, durchzuführen, den wir mit diesem Strom steuern können. Warum ist das Ganze schnell dann überhaupt? Was hat das mit Schnelligkeit zu tun? Naja, dieser Prozess. Wir sehen, wenn wir rechnen, dann können wir sozusagen aus diesem Signal, was wir bekommen, unseren Peak gezeugen. Schnell ist es deswegen, weil dieser ganze Prozess etwa eine Millisekunde dauert. Das ist wahnsinnig schnell eine Millisekunde und wir bekommen ein Spektrum. Das Spektrum, das sieht dann allerdings so aus wie der graue Bereich. Das ist fürchterlich verrauscht. Aber nun gut, wir machen tausend Messungen. Wenn wir die auswerten, dann bekommen wir einen wunderschönen, sauberen Peak und wir liegen bei einer Sekunde. Wir können es uns doch erlauben. Ich meine, wir haben Zeit hiermit. Also in circa ein bis zwei Sekunden bekommen wir dann ein Signal von unserem Peak. Das heißt, wir können unseren Prozessablauf innerhalb dieser Zeit, ich denke, wir dürfen es Echtzeit nennen, können wir unseren Prozess ansehen. Wir können unseren Prozess zuschauen. Das ist das, was wir auch eigentlich wollen, wenn wir regeln wollen. Selektiv, das ist eine wichtige Eigenschaft. Wir wollen einen Stoff messen, andere Stoffe sind drin. Es gibt Bedingungen im Prozess, die sich ändern. Das soll alles keinen Einfluss haben, sonst ist unsere Messung eigentlich nicht viel wert. Wir haben hier ein Spektrum, ähnlich wie das von eben. Das ist ein bisschen schmaler, das sind nur noch drei Nanometer, die wir hier sehen. Wir haben zwei Stoffe drin und da wird es ja schon auch ein bisschen voller hier. Und da ist die Frage, wie können wir denn da selektiv messen, wenn wir so viele Signale haben. Eins ist klar, da hinten, da können wir nicht so richtig messen. Da haben wir Überlappungen, da bekommen wir kein getrenntes Signal. Wir können unseren einzelnen Stoff nicht bestimmen. Sehr viel schöner sieht das dann hier aus. Dieser wunderschön einzelstehende Spieg, der eignet sich sehr gut für eine selektive Messung. Wir bekommen da den entsprechenden Peak raus. Ein Gebilde, was dann vielleicht noch so in der Größenordnung 0,2 Nanometer liegt. Und wenn wir bedenken, dass eine solche Laserdicht oder eine Bandbreite hat von 0,004 Nanometern, dann bedeutet das ja eigentlich, dass wir unseren Peak hier in Streifchen von dieser Breite, also etwa mit 500 Linien aufnehmen können. Wir bekommen ein sehr präzises Abbild unseres Peaks, der dann selektiv steht, interferenzfrei ist für den Stoff, den wir suchen. Ja, da angekommen, bleibt vielleicht noch eine Frage übrig. Wie kommen wir eigentlich an die Information der Konzentration des gesuchten Stoffes aus einem Peak? Naja, der erste Ansatz, so rein von der Logik ist, ich gehe mal davon aus, das ist die Höhe. Je mehr drin ist, desto höher wird dieser Peak sein. Das können wir auswerten. Das kann man machen, das ist richtig, das funktioniert. Wenn die Umgebungsbedingungen nicht so sonderlich sich ändern, dann könnten wir ein Problem bekommen, zum Beispiel mit Hintergrundgasen. Was Sie hier sehen, das ist das Spektrum von 10% Sauerstoff. Immer 10% Sauerstoff, alle drei. Die sehen bloß unterschiedlich aus. Die sehen deswegen unterschiedlich aus, weil wir verschiedene Hintergrundgasen haben. CO2 einmal, Stickstoff, Helium. Und wir stellen fest, unser Peak verformt sich. Er wird kleiner unter Umständen, er wird breiter. Das sind Effekte, die man dort hat. Das hat nichts zu tun mit einer Peaküberlappung, wie wir sie eben mal detektiert haben. Das ist ein schön frei, einzeln stehender Peak. Die anderen Stoffe absorbieren irgendwo viel weiter hinten. Die reine Anwesenheit reicht aus, dass unser Peak sich verformt. Wir haben unsere Höheninformationen nicht mehr. Das können wir hier nicht mehr daraus ablesen. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das dann doch kann. Yoko Gawa hat sich entschieden für die True Peak Methode. Das ist eine Flächenbestimmung, eine Integration des Peaks, weil die Fläche genau genommen die absorbierte Energie repräsentiert und damit auch die Konzentration des Stoffes. Eine Flächenbestimmung ist eigentlich nichts Besonderes in der Spektroskopie. Das macht man seit Jahrzehnten. Bei TDLS ist es etwas Besonderes, weil wir hier Signale relativ schnell in hoher Auflösung verarbeiten müssen. Also die Signalverarbeitung muss das hergeben. Das war eine ganze Weile nicht möglich. Aber diese Techniken und die Möglichkeiten, die gibt es inzwischen. Das heißt, True Peak ist eine Auswertung der TDLS-Peakfläche. Vorteile davon, Basislinie etwa, wir erfassen da den gesamten Peak, den gesamten Peak hier mit der Basislinie. Wenn die sich verschiebt, dann ist das der Fläche ziemlich schnurzegal. Kann die sich verschieben? Ist das überhaupt wichtig? Natürlich ist das wichtig. Es gibt Stoffe, die unspezifisch über die Wellenlänge absorbieren. Staub, Ruß ist in einer Verbrennungsanlage vorhanden, wird dafür sorgen, dass unser Peak sich etwa nach oben verschiebt. Ist uns schnurzegal, Fläche ändert sich nicht. Hintergrundgase haben wir gerade eben gesehen. Dort der gleiche Fall. Wir haben keinen Einfluss. Ähnliches gilt für Druck, für Temperatur. Können wir kompensieren. Und damit haben wir eben unseren Peak einwandfrei gewonnen, der wirklich die Konzentration repräsentiert. Sicher, TDLS ist sicher, ein Laserstrahl bringt nicht so viel Energie in den Prozess rein, dass irgendetwas gezündet werden könnte. Das ist nicht selbstverständlich für Sauerstoffmessgeräte in heißen Prozessen. Oh, Entschuldigung, Sie haben es nicht gesehen. Ich habe es schon gesehen. Ja, ein solches Gerät dann Atex-tauglich zu machen, man sieht es schon von der Bauweise, das ist ohne weiteres möglich. Und wir haben es auch getan. Also Yokogawa-Geräte sind für Atex-Zone 2, für Atex-Zone 1 vorhanden. Und Sicherheit letztlich noch SIL-Zertifikation. Dieses Gerät gibt es mit SIL 2, ist damit also in Sicherheitsanwendungen einsetzbar. Die Hardware hat SIL 3, also man könnte sagen, man baut ein SIL 3-System auf mit Redundanz, mit zwei Messgeräten. Das ist eigentlich eine Variante, die uns Herstellern ganz gut gefällt. Könnte öfter auftreten, aber das müssen Sie wissen, was Sie dort tun oder was Sie dort brauchen. Ja, wir schauen uns dann die Anwendungsbeispiele an. Das erste ist Explosionsgrenzen, Limiting Oxygen Concentration. Ein solches Diagramm ist wahrscheinlich, das wird Ihnen allen vertraut sein, was braucht man, damit was explodiert? Wir brauchen Brennbahnstoff, wir brauchen Oxidationsmittel, Luft, Sauerstoff. Wir brauchen Zündfunken. Ist der Zündfunke nicht da, ist eigentlich relativ sicher, aber wie garantiert man das in einem Tank, der vielleicht 20, 30 Meter groß ist? Das ist nicht so einfach. Wenn wir uns das anschauen, dann gibt es eben Regionen, die sind gefährlich, in der das Sauerstoff- oder das Sauerstoff-Brennstoff-Gemisch sich entzündet. Es gibt Bereiche, da ist das nicht so. Wenn wir hier mal schauen, in diesem Beispiel bei 11,5% Sauerstoff, wenn wir uns da auf der linken Seite aufhalten, ist egal, welches Gemisch wir haben, da kann gar nichts passieren. Ist eine schöne Vorgabe für eine Regelstrategie, lass uns unter 11,5% bleiben und nichts kann passieren. Also eine Sauerstoffmessung hier. Schauen wir uns das mal an einem Tank. Da haben wir eine brennbare Flüssigkeit drin. Darüber bildet sich natürlich ein Gaspolster. Das könnte ein explosionsfähiges Gemisch sein, wenn wir da noch Luft, wenn wir Sauerstoff dabei haben. Da kann man was Einfaches machen. Eine Inertgas-Atmosphäre draufsetzen, entweder drüber fließen lassen kontinuierlich oder ein Polster draufsetzen mit ein bisschen Überdruck. Da muss man natürlich einiges regeln, weil das bleibt ja nicht so. Auch wenn dieser Tank jetzt hier keinen Zufluss, keinen Abfluss hat, in der Wirklichkeit hat er, wird er leer, zieht er irgendwo Luft nach oder wir bringen Luft geregelt hinein. Aber wir müssen natürlich sicherstellen, dass das immer der Fall ist. Ist das ein komplett sicheres System? Ich denke nicht. Ich denke deswegen nicht, weil wir zwar sicherstellen können, wir haben einen Gaspolster drauf, von dem wir annehmen, es ist Inertgas. Aber ist es wirklich sauerstofffrei, wenn wir es etwa über Druck regeln würden? Wir wissen es nicht. Wir wissen es eigentlich nicht genau. Wir sollten messen. Wir sollten das messen, was die eigentliche kritische Größe ist und das ist der Sauerstoffgehalt. TDLS ist eine Möglichkeit. Es gibt andere Möglichkeiten, es gibt andere Detektionstechniken, andere Sensortechniken dafür. TDLS hat eigentlich die schöne Eigenschaft oder einige schöne Eigenschaften, von denen Sie einige eben ja schon gehört haben, auf die will ich gar nicht weiter eingehen. Es ist schnell, es ist präzise, aber wir haben auch nochmal diesen Medienkontakt und das bedeutet, wir haben wieder ein sehr wartungsarmes System, ein sehr wenig anfälliges System, ein System, was im Grunde nicht driftet. Das heißt, wir haben mit sehr, sehr wenig Aufwand eine sehr zuverlässige Messung, die sich dafür sicherlich sehr gut eignet. Schauen wir auf die zweite Anwendung. Das wäre eine Verbrennungsoptimierung. Vier Bereiche gibt es, in denen wir die Verbrennung optimieren könnten. Die Effizienz, die Emissionen, die Anlagenverfügbarkeit und die Sicherheit natürlich selbstverständlich immer dabei. Und wir schauen uns jetzt mal kurz an, warum das so ist und welche Verhältnisse wir vorfinden. Ein ganz simples, qualitatives Diagramm, das eine Verbrennung zeigt. Wir starten unseren Prozess, wir bringen immer mehr Luft in den Prozess, bis wir irgendwann feststellen, ach, da bleibt ja Sauerstoff übrig, da ist ja Sauerstoff vorhanden. Kleine logische Überlegung, wenn Sauerstoff übrig bleibt, dann ist offenbar alles verbrannt. Prima, heißt für unsere Regelungsstrategie, wir müssen dafür sorgen, dass wir irgendwo Sauerstoff haben, damit wir auf der sicheren Seite sind. Ist das so komplett richtig? Ich denke hier wiederum nicht. Denn schauen wir uns das Kohlenmonoxid mal an. Letztlich ein Zwischenprodukt der Verbrennung. Halb verbranntes Produkt, halb aber noch Brennstoff. Und wir stellen fest, da ist nicht alles verbrannt. Da ist nicht alles verbrannt, da ist Kohlenmonoxid immer nur übrig. Das heißt, das ist die Praxis. Es ist nicht das Lehrbuch, stöchometrische Verhältnisse, sondern da trifft sich nicht jedes Molekül. Wir haben eben von beiden Stoffen, die dort reagieren, noch etwas übrig. Wo müssen wir denn hin? Was ist denn jetzt okay? Ist das hier vom Sauerstoff, da ist da was übrig, ist das okay? Ist das zu viel Kohlenmonoxid? Ja, wissen wir erstmal nicht. So, und jetzt schauen wir an, was bedeutet das für die Effizienz? Für die Effizienz bedeutet das, wenn wir etwa nach links gehen, unvollständige Verbrennung. Da ist Brennstoff übrig. Wenn wir nicht alles verbrennen, dann wird wohl die Effizienz, je weiter wir nach links kommen, schlecht werden. Nach rechts auch, da ist ja bloß Luft. Ja, Luft ist ein schlechterer Energieübertrager im Wärmetauscher als unsere Verbrennungsgase. Das heißt, wir bringen Energie zum Kamin hinaus statt in den Prozess. Die Effizienz muss auch nach rechts schlechter werden. Also wir haben irgendwo da einen Bereich, der nah am Optimum ist, in Bezug auf die Effizienz. Wie sieht es mit Emissionen aus? Na ja, CO haben wir gesehen. Entschuldigung. Ach, pardon, 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 pardon. Ich habe Ihnen zu viel verraten gerade. CO kann sehr hoch sein, je nachdem, wo wir uns da links befinden. CO ist ein Umweltgift. Da gibt es Auflagen. Da wollen wir nicht hin, da nach links. Das ist schlimm. Da bekommen wir es mit Dingen zu tun, die nicht ganz legal sind, wenn wir uns da bewegen. Die müssen wir vermeiden. Auf der rechten Seite, mal wieder die Annahme, ist da einfach nur Luft? Was soll da passieren? Ist der Verbrennungsprozess sehr heiß? Kann es sein, dass wir unseren Luftstickstoff oder Stickstoffverbindungen aus unserem Brenngas oxidieren? Da kommen wir zum NOx. Das ist auch ein Umweltgift. Ist nicht besser als CO. Ist eher schlechter als CO. Wir wollen also auch da nicht dorthin. Wir müssen da wiederum auch mal unser Optimum finden. Anlagenverfügbarkeit. Unvollständige Verbrennung. Das kennt jeder. Kerze auf dem Tisch am Adventkranz. Die Rust. Hier haben wir eine riesige Anlage, die permanent läuft. Das heißt, da ist die Decke viel schneller schmutzig mit dem schwarzen Fleck als bei Ihnen im Wohnzimmer mit der Adventkranzkerze. Das muss irgendwann instand gehalten werden. Das muss beseitigt werden. Ich habe Stillstand. Ich habe Aufwand, wenn ich mich zu weit nach links in die unvollständige Verbrennung bewege. Hoher Luftüberschuss. Was passiert da? Naja, man sollte meinen Luft ist harmlos. Aber schlechte Energieübertragung. Haben wir eben gesagt. Das bedeutet, meine Temperatur geht runter im Prozess. Das ist nicht schlimm. Da drehen wir ein bisschen am Gashahn, dann ist die Temperatur wieder in Ordnung. Am Ausgang. Leider steigt sie auch im weiteren Verlauf an. Aus dem Bereich raus, der mal geplant war. Und das heißt, sie steigt auch an in den Bereich, in dem wir die Konvektionszone haben. Die Konvektionszone ist die, wo die Röhren des Wärmetauschers möglichst gut Wärme übertragen sollen. Dafür nimmt man nicht solche Rohre mit solchen Wänden, sondern nimmt man möglichst dünne Rohre, damit wir die Wärme gut rüberbringen. Dünne Rohre sind empfindlich. Wenn wir die zu heiß machen, und wir haben hier aufgedreht, dann, und ich drücke hier falsch, dann haben wir Schäden. Dann haben wir Ausfälle, Wartung, Produktionsausfall, ist auch etwas, was wir nicht haben wollen. So, jetzt haben wir uns diese vier Bereiche mal angeschaut. Jetzt, nein, Entschuldigung, der vierte kommt ja hier noch. Die Sicherheit, zwei Aspekte bei der Sicherheit. CO kann nachbrennen, es ist ja immer noch am Brennstoff. Und wenn das passiert, dann brennt er in der Regel irgendwo nach, wo er nicht soll. Weiter oben, Konvektionszone, dünne Röhrchen, Sie erinnern sich, ist dann der Stelle auch nicht gut. Oder, beim Anfahrprozess, ja, geht eine Düse nicht an, wie sagt der Reiner, der ist verknast, tut sich nichts. und da kann es mir natürlich passieren, wenn ich an einer falschen Stelle einen Zündfunk, ein Zündfunk in der Brennkammer ist nicht selten, dann, 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 das war nicht so laut, ne? Gut. Dann ist der Blitz größer, wollen wir garantiert auch nicht haben. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Zusammenhänge an, zwischen Sauerstoff und Kohlenmonoxid. Hier hat ein Anlagenbetreiber einfach mal ausprobiert, was passiert denn, wenn ich mit dem Sauerstoff runtergehe? Er hat es getan, von 3,7 ausgegangen, weiter runter, 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 irgendwo kommt er mal an, wo es so einen kleinen Durchbruch gibt, beim Kohlenmonoxid, ein bisschen wieder rauf und die Welt ist wieder in Ordnung. Trotzdem weiter runter und dann kommen wir in einen Bereich, in dem wir wahnsinnige Reaktionen bekommen, also wo das Kohlenmonoxid sehr empfindlich reagiert auf kleine Änderungen beim Sauerstoff. Da bekommen wir also solche Spitzen rein. Man sieht auch hier, da wo es zurückgeht, das ist relativ reproduzierbar. Was mir aber besonders auffällt, ist eben, er ist runtergekommen von 3,7 ungefähr und bis 2 ist nichts passiert. Also im Grunde könnte er bei den 2 bleiben. Da ist er sicher, wenn seine Automatisierungstechnik gut funktioniert. Da ist der Prozess sicher, alles andere ist verschenkt. Und wenn es Gründe gibt, dass ich etwas vorsichtiger bin oder dass der Prozess Fluktuationen hat, wo ich sage, ich brauche ein bisschen mehr Reserven, na gut, dann gehe ich eben auf 2,5. Dann habe ich immer noch sehr viel eingespart, rein schon bei der Effizienz. Und das kann man mit Automatisierungstechnik erreichen. Da haben wir ein schönes Potenzial. Und die Zielgröße oder die Aufgabenstellung ist auch klar. Wir wollen mit möglichst wenig Überschuss Luft fahren. Wir wollen keine Zugeständnisse machen bei der Sicherheit. Und wir wollen die CO-Erzeugung möglichst komplett unterdrücken. Könnte man machen, etwa mit TDLS. Hier im Einsatz mit zwei Geräten. Eines für Sauerstoff, eines für Kohlenmonoxid und für Methan. Wir könnten eine Regelstrategie anwenden, indem wir etwa die O2-Sollgröße, eine O2-Sollgröße haben, die uns sicherstellt, dass wir immer mehr Sauerstoff als Brennstoff haben. Ist schon mal eine wichtige Grundvoraussetzung. Und mit dem CO als überlagerte Regelung können wir dafür sorgen, dass unser O2-Sollwert entsprechend hochgesetzt wird, wenn das für eine vollständige Verbrennung erforderlich ist. Und mit dem Methan letztlich überwachen wir unsere Sicherheit in der An- oder in der Abfahrphase. Eine repräsentative Messung haben wir auch, wenn wir rein auf die Messtechnik schauen, vom TDLS. Wir messen nahe der Brennzone, also hier knapp über den Flammen. Stellen wir uns andere Punktsensoren vor, die etwa hier installiert sind oder hier und vergleichen. Dann müssen wir sagen, die sind nicht da oben installiert, weil wir da messen wollen. Die sind da installiert, weil sie die Bedingungen dort aushalten. Oder vielmehr die Bedingungen weiter unten nicht aushalten. Es ist zu heiß. Unser TDLS arbeitet bis 1500 Grad. Ein Laserstrahl kokelt nicht an. Das heißt, wir können wirklich da messen, wo wir messen wollen, da wo der Prozess eigentlich zu Ende sein soll. Und wir sehen wollen, ist er das tatsächlich auch. Wir haben eine Messung über den Querschnitt. Also hier über die ganze Brennkammer. Wenn da oben ein Sensor eingebaut ist oder hier punktförmig und da an dem Brenner passiert irgendetwas, da stimmt das Mischungsverhältnis nicht. Ich würde nicht dafür garantieren, dass etwas, was hier passiert und da abzieht, vielleicht hier tatsächlich detektiert wird. Messen wir über den gesamten Querschnitt, haben wir deutlich mehr Sicherheit. Wenn es eine kurze Frage ist. Ganz kurze Frage. Welchen Punktmesser können Sie denn sicherstellen? Mit Ihrer Technik. Also Punktmesser des Ofens. Man kann jetzt da keine Meter natürlich angeben. Generell würde ich sagen, haben wir eine kleine Verbrennungsanlage. Ist die Punktmessung auch okay? Es wird relativ häufig gemacht. Zur Kroniamessung zum Beispiel. Haben wir sehr große Anlagen. Dann habe ich ja die Gefahr, dass das läuft. Außerdem, ich muss natürlich schauen, wie sind die Strömungsverhältnisse. Habe ich laminare Strömung? Habe ich Wirbel dort drin? Entsprechend bekomme ich eine gute Durchmischung oder eine weniger gute Durchmischung? Wir müssen auch bedenken, wir bekommen natürlich ein Messsignal vom Laserinstrument. Es ist nicht, dass wir ein Profil bekommen, sondern wir bekommen einen gemittelten Wert, der uns aber dann in seine Höhe Auskunft darüber gibt, ob über den Querschnitt etwas passiert. Wir können natürlich, um Ihre Frage noch abschließend zu beantworten, wir können natürlich zwei, drei, vier Laser anwenden, um einen Raum noch besser zu überwachen. Aber nach meiner Überzeugung kommen wir da sehr schnell auch in die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen rein, im Verhältnis zum Nutzen, den wir dann noch bekommen. Auf jeden Fall ist diese integrative Messung repräsentativer als die Punktmessung. Vielleicht somit mal auf den Punkt gebracht. Ja, geeignet für die Anfahrphase, weil wir eben da auch der Brenngas detektieren können. Man kann zu einer integrierten Lösung kommen mit unserer Analysentechnik, dem TDLS, mit entsprechender Feldmesstechnik. Wir gehen hier mit Brenngasen um, wir gehen mit Luft um, das heißt, wir müssen Volumenströme messen, Druck messen, wir brauchen Stellglieder, wir brauchen eine Automatisierungstechnik, gegebenenfalls auch eine Sicherheitstechnik, dann wird da hinten alles orange. Und im Grunde kann man das aus einer Hand bekommen. Da habe ich an unsere gedacht. Ja. Das war auch nicht als Überraschung gedacht. Alle die Komponenten aus einer Hand, eine Lösung ist das ja noch nicht. Eine Lösung ist ja die Verknüpfung dieser Komponenten, das ist eine entsprechende Regelstrategie, die umgesetzt werden muss. Wie kann das aussehen? Dafür gibt es auch eine Lösung, ASI heißt die, das ist ein Geschäftsbereich von Yoko Gawa. Also Sie sehen, das ist schon wieder alles aus einer Hand und ich denke wieder an die gleiche wie eben. Also ein Geschäftsbereich, der weltweit operiert. Hier ist die Niederlassung für Europa in Spanien zu sehen. Und was ich Ihnen zeigen möchte, ist, das ist keine Werkstatt, sondern das ist eigentlich eine Fabrik, in der große, komplette Lösungen, Anlagen, wie etwa hier, etwa mit GCs, realisiert werden kann. Dann Swospanels, wie sie hier abgebildet sind. Und in dieser Halle können wir durchaus mehrere Projekte nebeneinander abwickeln. Also die ist auch groß ohne Fischei. Eine Lösung für TLS, hier mal eine extraktive, kompakte Lösung, dort mit dem TLS, entsprechende Utility Panels für eine Luftversorgung und die Signalleitungen komplett hier integriert in einem Rack. Also es muss nicht diese ganz große Lösung sein. Auch die ganz normale Anwendung mit einem TLS, mit Utility Panel und der entsprechenden Kommunikation lässt sich eben damit umsetzen. Das Leistungsspektrum, das lese ich Ihnen jetzt nicht vor, das könnte man mit dem einen Wort abkürzen, Lifecycle. Also von der Planung bis zur Realisierung, bis zum Training im Betrieb, da machen wir das. Vielleicht der eine Punkt, Sie sehen hier, wir scheuen uns nicht, auch Geräte anzusetzen, die nicht von Yokogawa, es muss nicht alles von Yokogawa sein. Unsere Zielsetzung ist die komplette Lösung, mit welchen Komponenten auch immer, die umgesetzt wird. Ja, die Roadmap bei Yokogawa in diesem Bereich TLS. Hier sehen wir, oder werden wir gleich sehen, einen Teil dieser Lösung. Es ist eine Technologie-Roadmap, es ist keine Product-Roadmap, die hier zu sehen ist. Erste Generation, im Grunde größtenteils das, was wir Ihnen hier jetzt zeigen können, heute hier zeigen können, das In-Situ-Messgerät. Eine zweite Generation wäre dann eine Echtzeit-Multikomponenten-Lösung für Kohlenwasserstoffe, zugegeben, marketingmäßig muss man am Namen noch ein bisschen arbeiten, ist aber auch noch nicht da. Für optimierte Produktivität, sicherlich auch für Kosteneinsparung, weil wir da mit einem Gerät deutlich mehr Dinge, mehr Komponenten messen können. Und eine dritte Generation, die haben wir dann genannt, Trace-Multi-Kohlenwasserstoff-Messung. Also ein Gerät, das deutlich empfindlicher jede Komponente messen kann, sodass wir das Produkt in seiner Zusammensetzung sehr präzise bestimmen können. Und damit eben die Qualität des Produkts optimieren können. Die eine Komponente aus der ersten Generation, was es demnächst geben wird, ist dann der einseitige Laser, durchaus auch bekannt. Letztlich ein System, das hier in einem Rohrbereich den Laser installiert hat, der reflektiert wird. Das bedeutet, oder vielleicht erstmal die Eigenschaften, die wir haben, wir wollen damit relevante Verbrennungsgrößen messen können. Es wird natürlich auch die A-Tex-Zertifizierung geben, genauso wie die SIL-Zertifizierungen, wie sie mit dem existierenden Gerät bestehen. Und gedacht ist es für eine kosteneffiziente Anwendung in kleineren Verbrennungsanlagen. Das war eben auch so Ihre Frage. Na gut, in der kleinen Anlage mag die Punktmessung gut sein, ausreichen. Damit können wir reingehen. Bei der größeren Anlage machen wir es vielleicht doch lieber über etwas Repräsentativeres für den Messwert. Wir sparen natürlich hier eine ganze Menge. weil von der Installation ist es weniger. Das hört sich merkwürdig an. Wir haben nur ein Loch statt zwei Löchern. Spart man denn da so viel? Na ja gut, in einer großen Verbrennungskammer in vielleicht drei, vier, fünf Metern Höhe was zu bauen, wo man dran kommen muss, auszurichten aufeinander, das kann ganz schön ins Geld gehen. Das eine Gerät, oder die eine Seite, die wir dann brauchen, möglicherweise ist das Loch schon vorhanden. ausgerichtet werden muss, nichts, weil das im Werk passiert, weil das ja sozusagen Teil der Lösung, Teil des Gerätes ist, ist nicht erforderlich. Und man hat hier dann, auch für die kleinen Anlagen, die Vorteile der TLS-Technologie. Die zweite Generation, die wir eben gesehen haben, ja, so der linke Teil, der unterscheidet sich nicht so wahnsinnig viel, der sieht schon etwas klassisch auch aus, für TLS, mit unserer Kammer, durch die wir den Laserstrahl schicken. Der rechte Teil ist eigentlich so das Interessante und das Innovative. Das ist ein MEMS-Chip, also ein mikro-elektromechanisches System. Sie erinnern sich vielleicht eben, wie steuern wir unseren klassischen, heutigen Laser an, mit einer Stromrampe, so generieren wir sozusagen die unterschiedlichen Wellenlängen. Hier machen wir es mikromechanisch, das hört sich merkwürdig an, mechanisch ist das nicht ein Rückstritt, nicht wenn man es auf die Art und Weise macht, denn die Mechanik ermöglicht uns, einen viel größeren Scan-Bereich zu durchfahren, mehrere Komponenten, Peaks für mehrere Komponenten abzudecken, was wir mit diesen Lasern, bei denen wir es mit einem Stromimpuls machen, einfach nicht machen können. Das ist eben der besondere Aufbau, ist ein Prototyp, im Moment bei uns im Haus, für diese Technik. Und die Vorteile, ich denke, mit dem erweiterten Durchstimmbereich, also letztlich Kohlenwasserstoffe bestimmen, C1 bis C4 bis C5, das wird sich zeigen, mit einem einzigen Gerät, statt mit mehreren Geräten, da kommt die richtige Wirtschaft, und der Sinn sozusagen der Anwendung, dann hinein. Wir messen kontinuierlich, wir messen Echtzeit, da gibt es keine Unterschiede, wir haben eine automatische Kalibrierung an Bord, darüber muss man sich Gedanken machen, wenn man mehrere Komponenten in einem Gerät misst. Wir haben einen geringen Wartungsaufwand, weil da ist genauso wenig Mechanik dran, oder medienberührte Teile, wie bei der heutigen Technik. Ja, und dann fassen wir zusammen, einerseits TLS-Technologie, ich denke, sie hat Zukunft, da sieht man auch daran, dass sich der Namur intensiv mit den verschiedenen TLS-Technologien auseinandersetzt, auch in entsprechenden Workshops. Sie sehen auch, dass wir uns einen Fokus gesetzt haben auf diese Technologie, was die weitere Entwicklung betrifft. Ja, TLS hat Zukunft, TLS hat aber auch eine Gegenwart, bei Yoko Gawa heißt diese Gegenwart TLS 8000. Das ist unser In-Situ-Messgerät, das Sie auch unten in der Ausstellung sehen können. Wir können Komplettlösungen anbieten dafür, schnell, sicher, selektiv und mit dem Wort Prozesstauglichkeit sind wir sozusagen beim ersten Wort des Vortrags, damit hat er angefangen. Wir sind damit auch am Ende. Sie könnten jetzt zwei Dinge vielleicht noch sagen, Sie könnten sagen, Mensch, da war doch eben die Rede von einer dritten Technologie, einer dritten Generation, dazu hat er ja gar nichts gesagt. Dazu zitiere ich dann Paul Henkels aus dem Film, die Feuerzangen wurde, das kriege ich immer später. Und Sie könnten auch sagen, zum eigentlichen Gerät, zur heutigen Generation, zur Gegenwart, haben wir ja gar nicht viel gesehen, wie ist das aufgebaut, wie funktioniert das genau. Da haben Sie recht, das stimmt, das ist aber nicht schlimm, denn der Künstler ist anwesend. Unten in der Ausstellung, also von hier aus gesehen, unten haben wir das Gerät. Wir können es zeigen, es ist ein Betrieb. Und ja, ich möchte Sie gerne einladen, dorthin zu kommen. Nachher ist, glaube ich, noch eine Pressekonferenz und so was. Wenn Sie das interessiert, gehen Sie hin. Wenn Sie das nicht interessiert, kommen Sie zu uns in die Ausstellung. Meine Kollegen, meine Kollegin und ich, wir würden uns freuen, wenn Sie dorthin kommen. Wir könnten Ihnen noch Ihre Fragen beantworten. Vielleicht haben Sie Erfahrungen, die Sie uns mitteilen möchten und diese austauschen möchten. Oder Sie wollen den Finger mal in den Laserstrahl halten, Kaffee trinken oder vielleicht auch ein wenig mit uns co-innovatieren, wenn wir da schöne Ideen bekommen. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank.